Hallo und Herzlich Willkommen. Ich bin Josi und habe eine Sensi-Beraterin und ich habe hier ein kleines Problemchen, hier ist meine Partyauflösung drin, ist ein kleines Paket, ist auch eine kleine Partyauflösung, meine persönliche Partyauflösung, ich bin über 295 Euro gekommen und wenn ihr hier sowas knaspern hört, das ist mein Hund. Ja und da ist sie, wie gesagt eine kleine Partyauflösung, da ist auch schon was noch drin, was ich vorgestellt habe, inklusive das habe ich bei der Partyauflösung gemacht. Ich habe wie immer nichts, ihr wisst, ich bin immer ein bisschen verpeilt, ja ein bisschen immer verpeilt, die Paketen vorher aufmachen, umso mehr freue ich mich. Ja, ich habe wie gesagt über 290 Euro gehabt, es hat sich so nach 80 Tagen angesammelt und zufällig hat meine Montsorin in der Gruppe, denk dran die Kollektion ist voll bestellbar. Und ich so, ich habe ja bestellt gehabt, oh stimmt, da habe ich gedacht, warum löse ich jetzt nicht meine Partyauflösung und zu das mitbestellen und zu gleichzeitig noch meine Partyauflösung. Und das ist heute angekommen und deswegen packen wir das gemeinsam aus, ist auch alles vollständig. Ich habe mir als Halbpreis Premium, ich habe, ich wusste nicht, was ich nehmen soll, gebe ich ehrlich zu, ich habe mich dann entschieden, ich wollte ihn immer schon testen, ich hätte auch mir was hochpreisigeres nehmen können, aber ich muss auch gucken, mein finanzielles Limit, was ich mir gesetzt habe für den Monat, ein bisschen auch einzuhalten, ja, muss man dazu. Ich habe mir als Halbpreis Premium, muss ich dazu gehen, ich hätte auch eine Lampe nehmen können, aber da komme ich wieder zu, mir als, ihr könnt da auch Lampen nehmen oder Diffuser und so weiter. Also Diffuser gibt es, glaube ich, ab 3 Halbpreis Premium, ab 795 Euro und ab 295 Euro könnt ihr Lampen und so weiter nehmen, da kann ich euch gerne sagen, was. Ich habe mir Apricot Vanilla genommen, das ist ja der Liebtestuch von unserer Heidi und jetzt nach drei Jahren habe ich mir den jetzt erstmal gestellt. Oh, der riecht lecker. Der riecht noch viel besser als im Tester. Oh, ja. Der riecht nach Aprikoseneis. In einer schönen Vanillenote. Oh, ich freue mich, wenn ich den in die Lampe haben kann. Darauf freue ich mich. So, das war die Halbpreis Premium, also ich habe keine 8,50 Euro bezahlt, 4,25 Euro. Dann habe ich ja noch was bestellt. Das hier habe ich dazu bestellt, das ist eine Kollektion, die gibt es noch nicht zu kaufen und die gibt es erst am 1. Mai. So viel verrate ich. Aber vorneweg werde ich euch diese Kollektion vorstellen und dann kommen die Düfte, die werde ich nach dem Live schnuppern und das Video schon hochstellen, aber noch nicht freigeben. Dann werde ich euch rechtzeitig machen. Dann hat man ja als, ich bin so, ich bin ja großzügig, habe ich ja die Möglichkeit, noch eine zweite Halbpreisprämie zu kriegen. Das heißt, Gastgeberkettenprämie. Und da habe ich mir einfach für 4,25 Euro, habe ich die Hälfte nur bezahlt, Sensor Gemäckesblech bestellt. Den werde ich aber verschicken. Eine liebe Kollegin. Dann habe ich mir von meiner Prämie, wo ich hatte, Antoine Gutschef, sind, habe ich nur noch drauf bezahlt, 5 Euro oder 4 Euro, noch was. Und da habe ich mir aus der Muttertagskollektion den Butterfly Blossom bestellt. Das ist ein Elementformat für den Sommersoup. Ich habe schon bei einer Kollegin gesehen, die hat sie auch durchbestellt. Und ja, auf dem Bild sah sie runzig aus, aber sie hat gesagt, das sieht auch mal. Einfach müssen wir auf die Verpackung. Ist ja super zum Verschenkel. Finde ich auch. Ich seh das auch zum Feierlich. Für die Mutti ist das so schön. Die kommt normalerweise 50 Euro. In der Muttertagskollektion habe ich mir gar nichts bestätigt. Außer dieser. Also, so kommt es nach Hause. Und ich errasche gleich was. Erstmal die Form. Wir haben ein Elementformat. Wir haben kein Licht. Wir haben nur ein kleines Licht, wo man sieht, dass er an ist. Und ich seh schon ein Detail. Und das möchte ich euch machen. Das ist hier. Schaut euch die Schale an. Die ist, hier ist ein bisschen nach Hause. Aber es kriegt ja auch ganz leicht das Wachs gewechselt. So, wenn du da zuschaltest, wenn du das anhörst. Hier geht es um Raumdüfte, um Raum ein anderes Leben einzukaufen. Und da kommt unser Sensi-Wachs ein. Ich schätze mal, da können wir mit Maximum vier Würfel rein. Also, wo größer der Raum ist, brauchst du ein bisschen mehr. Oder wenn du es gleich dezenter haben willst, da reicht einer. Bei mir reicht mein Bruno nur ein paar Zimmer. Oder wenn du es ganz dezent magst, ein Halven. Und hier steht ein Schädchen. Da, den Schmetterling. Den sieht man nie auf Bildern. Nie auf Bildern. Und jetzt sieht man, das ist wie gesagt ein Elementformat. Kein Licht. Und das ist wirklich, ich halte es machen, Karamek. Und ihr seht, das ist wirklich Pusteblumen. Der Schmetterling und so weiter. Ist sehr schön. Ja, und das ist wirklich nur hier hinten. Hier seht ihr so ein, ich sag mal, ein Lichtchen. Und hier ist, habt ihr den An- und Ausstieg. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege jetzt hier live. Der Hund kann auch nerven. Ja. So. Wir haben ein kleines Kabel. Ich muss mal kleben. Ich nehme euch auch mal mit. Bissi. Ich habe bein, ja? Gar nicht heute ab. Warum steht es noch einmal? Bei mir hinten habe ich einen Kippschhalter. Und oben ist mein Lamotte. So. Und jetzt zeige ich euch das. So ist er aus. Und wenn ich sie jetzt anmache, seht ihr hier ein rotes Lämpchen. Und das ist das Zeichen, dass sie aktiv wird. Und man merkt, ich merke gleich die Wärme hier drin. Es wird langsam warm. Und dann tut das schön den Duft verbreiten. Also wir verbrennen hier nichts. Ja, die wird schön warm. Wir verbrennen hier kein Öl oder so. Wie, jetzt kann das bei Kerzen, Duftkerzen sein. Ihr fragt nicht mehr Duftkerzen, aber ihr verbrennt. Ja, durch die Flamme. Erstmal haben wir hier keine Flamme. Also es kann euch nichts passieren. Ihr habt keinen Ruß in der Wohnung. Keine Wachsreste in der Wohnung, wo ihr einatmet. Ihr habt wirklich das Wachs. Das bleibt auch so, wie es ist. Nur der Duft verbreitet. Bleibt hier in der Schale. Ihr habt wirklich nur das Wachs. Das verändert sich nie. Es wird nicht weniger. Es wird nicht mehr. Es wird nur der Duft wird weniger. Ja, und nicht mehr. Ganz schön. Brauer. Ich gucke mal, wie viel Watt. Hier steht auch. Manchmal hilft es auch, um zu drehen. Ich mache es jetzt wieder aus, weil ich die woanders dahin stehe. Hier steht, die hat 10 Watt. Also eine schöne Leistung. Und hier steht auch, ich sehe das gar nicht richtig. Hier steht auch nochmal eine 4. Also 4 Würfel könnt ihr in diese kleine Lampe machen. Ich finde sie wunderschön. Man kann sie ein bisschen so stellen. Man kann sie so stellen. Also da ist ein bisschen Spiel zum Dekorieren. Und wenn du Lust hast, den Shopping-Party-Link anzulegen bei mir, melde dich gerne bei mir. Ich mache dir das frei. Und ich melde mich auch nicht. Du willst was bestellen? Ich melde mich mal nach 80 Tagen und sage hier, der Party-Link hilft auch. Du hast gerade so viel. Brauchst du noch was? Wollen wir noch eine Taschenparty machen? Und ein paar Freunde nachfragen, ob die noch was haben möchten? So, eine bin ich. Ich frage da nur ganz lieb nach. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wenn ihr das live nachschaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Euer Josi. Ciao.